Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. 2021 hat angefangen und ich habe am allerletzten Tag des letzten Jahres noch ein Buch reingequetscht und zwar 365 Tage. Erstmal zu den Basics. Das Buch hat 395 Seiten, kostet 12,90 Euro. Es ist so ein Taschenbuch oder broschierte Ausgabe. Das gibt es auch nur so oder als Kindle. Das Ganze ist das Buch zu einem Film von Netflix, der irgendwie auch mehrere Tage auf Platz 1 war und so. Also anscheinend sehr erfolgreich. Keine Ahnung, ich habe kein Netflix. Aber ich habe gesehen, dass da ganz viele kontroverse Meinungen zu kursieren und habe mir gedacht, wieso nicht einfach mal reinschauen. Erstmal zum Cover noch. Das Cover gefällt mir an sich eigentlich gut. Es ist halt so ein typisches Cover für so Erotik-Zeug. Und wir haben hier dann natürlich den Protagonisten Massimo, der hier dann eben quasi die Hauptrolle mitspielt, zusätzlich zu dem Mädchen Laura. Ja, fangen wir einfach mal an. Worum geht es überhaupt? Die Basic-Geschichte ist die, dass Massimo Torricelli ist ein italienischer Boss der Mafia. Und der hatte irgendwie fünf Jahre vor der Story so einen Unfall und hat seitdem immer wieder Visionen von einer Frau. Und als er die Frau dann tatsächlich in Fleisch und Blut sieht, muss er sie unbedingt besitzen und entführt sie. Es geht in diesem Fall um die Hotelmanagerin Laura. Die kommt aus Polen und sie wird dann quasi von der Straße weg entführt und die beiden schließen eine Art Vertrag ab, dass er 365 Tage Zeit hat, sie von sich zu überzeugen, dass sie sich in ihn verliebt. Und danach kann sie entscheiden, ob sie bleibt oder nicht. Wie hat mir das Ganze gefallen? Ich habe mir vorher so ein paar Meinungen einfach angeschaut. Viele Leute haben gesagt, der Film war scheiße. Dann haben Leute gesagt, der Film war total toll. Ich meine, er ist nicht ohne Grund in den Charts gewesen, denke ich mir. Dann sagen Leute, keine Ahnung, die Story ist total schrecklich und man darf so Sachen nicht schreiben mit Mafia, die Leute entführen und sowas. Dass es dieses Stockholm-Syndrom halt als total positiv darstellt. Und keine Ahnung, dann wieder andere sagen, nein, es ist einfach toll und die Autorin ist anscheinend auch eine wichtige Persönlichkeit in Polen. Und hier stand dann auch hinten drin, hier steht halt was über sie, dass sie vom Forbes Magazine, wo steht das hier? Also die ist anscheinend echt einfach eine Persönlichkeit in Polen und auch sehr bekannt und sehr beliebt. Meine Meinung dazu ist folgende. Es ist natürlich eine sehr klischeebehaftete Story einfach. Dazu muss ich aber sagen, dass ich habe nicht so wahnsinnig viel Erfahrung in dem Genre, aber ich habe bisher noch nichts über einen Mafia-Boss gelesen, was ich irgendwie auch cool finde. Also eine coole Idee so. Wir haben sonst immer nur so Hotelmagnaten oder keine Ahnung, halt so Superreiche. Das ist natürlich auch hier wieder der Fall. Als Mafia-Boss ist er natürlich superreich. Wo ich auch sagen muss, das geht mir langsam auf die Nerven so. Können arme Leute keinen guten Sex haben? Auf jeden Fall fand ich, hatte es viel von Shades of Grey. Das war auch ganz oft im Internet zu lesen. Ja, das ist ein billiger Shades of Grey abklatsch und der Film ist noch schlimmer als die Shades of Grey Filme. Aber wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen und ich muss sagen, ja, es hatte viele Aspekte von Shades of Grey. Grey war an vielen Stellen aber auch viel, viel, ich sage mal in Anführungszeichen intensiver. Wo Shades of Grey, sage ich mal, wo da noch so ein Blatt vor den Mund genommen wurde, ist es hier einfach gar nicht so. Und man denkt sich an manchen Stellen so, huch, okay. Finde ich aber ja nicht tragisch, sage ich mal. Die Autorin hat auch gesagt, dass ihr wichtig ist eben, dass man lockerer mit dem Ganzen umgeht und sie deswegen eben auch in ihren Büchern so locker damit ist. Und was ich sagen kann zu der Sache mit dem Stockholm-Syndrom, ja, Laura wird halt tatsächlich entführt von Massimo. Und da muss man halt schon sagen, das ist eine ziemlich kranke Story irgendwie. Also ich kann verstehen, dass die Autorin das benutzt hat, um dem Massimo eine persönliche Entwicklung über die Story hinweg verleihen zu können. Dass er halt am Anfang ist er so der Mafia-Boss, der halt nur einen Weg sieht, um an das zu kommen, was er haben will. Nämlich die Laura zu entführen, statt sich ihr einfach vorzustellen und so von sich zu überzeugen. Keine Ahnung. Das soll, nehme ich an, eben einfach zur Charakterentwicklung gehören. Tatsache ist aber, dass sie einfach wirklich entführt wird und dann da festgehalten wird. Und man muss halt auch dazu sagen, dass die haben dann so ein Gespräch, wo er ihr alles erklärt. Und dann sagt er so, ja, du hast hier alle Freiheiten und so und ich tue dir nichts an, was du nicht willst. Aber hier hast du ein Foto von deiner Familie, ich weiß, wo die wohnt und ich bedrohe die jetzt. Oder, also, damit du halt hier bei mir bleibst und so. Und ich denke so, Doppelmoral. So richtig bescheuert einfach war das, der sagt in einem Satz das und im nächsten das. Also es ist wirklich komplett sinnfrei, meiner Meinung nach. Aber vielleicht gehört auch das zur Charakterentwicklung, weiß man eben nicht. Die Protagonistin, Laura, fand ich auch sehr anstrengend. Ich denke, dass es auch viel mit der Mentalität vielleicht zu tun hat. Das kann ich aber so nicht sagen, weil ich mich damit nicht so auskenne. Aber es ist einfach meine persönliche Denke irgendwie. Auf jeden Fall ist die Protagonistin eine Hotelmanagerin, die ihren Job hingeworfen hat. Und jetzt halt mit ihrem Freund nach Sizilien reist. Und dann am ersten Tag lernt sie direkt den Massimo kennen und findet den auch toll, was ja auch okay ist irgendwie. Und dann verhält der Freund von ihr sich irgendwie doof. Und deswegen ist es okay für sie, dann einfach entführt worden zu sein. Aber die Laura ist halt auch, also sie war mir dahingehend sehr anstrengend, dass sie, wie soll ich das sagen? Es ist, glaube ich, meine persönliche Abneigung. Aber die ist so ein richtiges Modemädel. Und ich finde es ja nicht schlimm, ja, wenn man gut gekleidet ist. Aber alleine dann beschreiben die so eine Shoppingtour, die die mit dem Massimo macht. Und dann gehen die nur in die krassesten Läden zu Louis Vuitton und keine Ahnung wohin. Ich kenne mich ja gar nicht aus, Victoria's Secret und was weiß ich. Und geben Millionen von Euro aus für ihre Klamotten. Und ich denke mir so, Mädel, was ist mit dir? Ich meine, okay, anscheinend hat sie sich auch in Polen schon so gekleidet. Aber dann muss man auch dazu sagen, dass sie sich dann zu mehreren Begebenheiten absichtlich extrem nuttig anzieht. Wo ich mir denke, irgendwo verschwimmt vielleicht die Grenze zwischen sexy, elegant und nuttig. Aber die hat sich absichtlich nuttig angezogen und sich dann gewundert, warum Leute oder warum Männer darauf anspringen. Wo ich mir halt auch denke, das zeigt mir einfach eine nicht so schöne Seite von ihrem Charakter. Genauso wie ihr übermäßiger Alkoholkonsum, muss man echt sagen. Die trinkt jeden Tag Champagner. Und denke mir halt auch so, Mädel, sorry, aber das kann ich dann ernst sein. Die steht morgens auf, ist verkarrt und trinkt erstmal Champagner. Und das kann man auch nicht mehr mit, ja, in Polen und Russland trinken alle Wodka und so entschuldigen. Sondern ich fand das einfach echt gar kein guter Charakterzug von ihr. Die ist quasi permanent betrunken und ich verstehe dann auch gar nicht zum Beispiel, was der Massimo in ihr sieht. Und man muss dann auch sagen, dass sie mehrfach dann sagt, Und da steht wieder eine Flasche Champagner, denken die, ich bin Alkoholikerin. Und du denkst dir so, ja Mädel, bist du einfach, sorry. Und das war einfach für mich sehr, sehr lächerlich. Genauso wie der Massimo an vielen, vielen Stellen. Der soll halt als so eine Art Christian Grey hier auftreten, aber als ein, ich sag mal, illegaler Christian Grey, so ein bisschen. Aber der ist gleichzeitig, man muss halt sagen, ich finde, der ist ein Mafia-Boss. Und meiner Meinung nach haben sich Mafia-Bosse auch irgendwie zu verhalten. Die haben ja so eine Art, Bild abzugeben von sich selber. Das ist jetzt nichts, was ich aus Real Life kenne, sondern nur aus Filmen. Aber das sagt mir halt auch so mein gesunder Menschenverstand. Sonst werden die in ihrer Welt ja auch gar nicht für ernst genommen. Und dieser Typ hat einfach sein ganzes Haus mit irgendwelchen Gemälden geflastert von einer Frau, die er in seinen Visionen gesehen hat. Wo ich mir halt denke, sorry, aber das ist schon echt lächerlich. Und es wäre mir als Massimo auch wahnsinnig peinlich einfach vor meinen Geschäftspartnern, die mich ja für einen krassen Typen halten sollen. Und Respekt vor mir haben sollen und so. Also ich als anderer Mafia-Mensch hätte gar keinen Respekt vor so einem Typen. Und dann treffen die in dieser ganzen Story auch immer wieder Leute, die diese Bilder gesehen haben. Und ich denke mir, das ist halt schon irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte den Massimo für geisteskrank gehalten, um ehrlich zu sein. Also diese ganze Story mit den Visionen und sowas fand ich echt nicht geil. Also entweder man schreibt Fantasy und dann gibt es Visionen oder man schreibt in der Realität und dann denkt man sich so, ja, nein, sowas gibt es nicht. Sorry, aber... Also wie ihr merkt, habe ich da auch irgendwie eine unterschiedliche oder kontroverse Meinungen zu in mir selber. An sich konnte man das Buch gut weglesen. Ich habe das wirklich jetzt an einem Tag gestern gelesen. Es war jetzt halt auch nicht so irgendwie wahnsinnig spannend oder so actionreich. Eigentlich gar nicht. Es wird ganz viel beschrieben über Shopping, Touren und keine Ahnung was, was halt schon so ein bisschen lame ist irgendwie. Und ich muss halt auch sagen, dieses Prinzip von Shades of Grey, wo die beiden Welten quasi so aufeinanderprallen, haben wir hier gar nicht mal unbedingt. Weil wenn die Laura sich dann mit dem Massimo eingelassen hat, ticken die auch sehr gleich. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen schade, weil das fand ich bei Shades of Grey eigentlich ganz cool, dass der Christian die Anna halt so in sein Leben reingeholt hat, ihr Sachen davon gezeigt hat. Und sie hat ihm aber gleichzeitig auch etwas von ihrem normalen Leben beigebracht, sage ich mal. Und so ist halt eine gesunde Beziehung entstanden. Und ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich finde ehrlich gesagt, die Protagonistin ist einfach nur ein mega verwöhnte, reiche Bitch. Also ich hätte keinen Bock, mit der irgendwas zu unternehmen so. Klar ist die nett und alles, aber alleine das mit den Klamotten und sowas hat mich wirklich total abgestoßen von ihr und ihrer Story auch. Und der Massimo, dass der halt so ein verweichlichter Spacko ist, irgendwie hat mich auch von dieser Mafia-Geschichte dann weggezogen, die ich am Anfang eigentlich cool fand. Ich muss auch dazu sagen, dass ich es langsam leid bin, dass alles immer so, diese Typen sind wahnsinnig reich und keine Ahnung. Wo ich mir halt denke, das ist nicht die Realität. Und ich finde, das ist auch nicht unbedingt etwas, wovon jetzt jede Frau träumen soll, wenn sie dieses Buch liest. Weil ich finde, ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach nur meine persönliche Meinung, vielleicht bin ich ein bisschen verstockt oder so. Aber ich denke mir halt, ich fände es cooler, wenn das mal so in der Arbeiterklasse stattfinden würde oder so. Wo man halt nicht so wahnsinnig reich ist und Yachten hat und keine Ahnung was. Weil man sich damit irgendwie als Normalo auch besser identifizieren kann, finde ich. Weil dieses Leben mit Prada und Gucci und keine Ahnung, da komme ich gar nicht rein. Das ist auch gar nicht meins. Muss man aber auch dazu sagen, dass es meines Wissens nach in der polnischen Kultur auch einfach so ist, dass Frauen sich gerne schön machen. Und da viel Wert auch drauflegen, auf ihre Schönheit und ihr Aussehen und ihren Status. Und das ist ja auch nichts Schlechtes. Deswegen komme ich aber vielleicht persönlich einfach mit diesem Charakterzug von Laura nicht so klar. Also mein Fazit ist irgendwie zwiegespalten. Ich gebe dem Buch zweieinhalb von fünf Sterne, weil ich die Story an sich, also wie gesagt, ich konnte das wirklich gut lesen. Und es hat mir dann zwischendurch auch Spaß gemacht. Und man muss auch sagen, dass die erotischen Aspekte darin auch gut dargestellt wurden und man halt auch das gut lesen kann. Und ich fand es auch gut geschrieben. Also es war nicht irgendwie lächerlich oder sowas. Das ist ja manchmal bei, keine Ahnung, bei Laura Adrian finde ich es zum Beispiel manchmal lächerlich. Aber die anderen Aspekte, dieser Aspekt der Entführung und Mode und Alkohol und Drogen und keine Ahnung, das fand ich halt alles nicht so nice. Und die Charaktere selbst waren jetzt auch nicht zu 100% meins. Also auch der Massimo nicht. In vielen Punkten fand ich sie cool, aber in ganz vielen auch nicht. Also es ist wirklich komplett zwiegespalten. Wem würde ich die Bücher deswegen empfehlen? Ja, wenn man generell einfach auf diese Art Story steht, also auf dieses Genre, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen können, denke ich. Wenn man jetzt sagt, ja, es ist eine Geschichte und es ist eine Geschichte für Erwachsene und deshalb können wir über diesen Aspekt der Entführung vielleicht mal hinwegsehen. Und mit dem Stockholm-Syndrom ist vielleicht auch ein bisschen viel reininterpretiert, muss ich auch ehrlich sagen. Weil ich denke mir, das hier ist nichts für Kinder, die das vielleicht irgendwie dann normal finden, dass jemand entführt wird. Und es ist klar, dass es hier viel um den erotischen Aspekt einfach geht, auch während der Entführung. Und deswegen würde ich da jetzt nicht so wahnsinnig viel reininterpretieren. Klar ist es ein komischer Charakterzug von Massimo. Aber ich als Autorin, sage ich mal, verstehe auch, warum die Autorin es so geschrieben hat. Weil als der Mann, als den wir Massimo kennenlernen, ist das einfach schlichtweg seine Art, logisch zu denken. Und im Endeffekt dient das auch der Charakterentwicklung. Ja, kann man jetzt sehen, wie man möchte. Das ist jetzt so meine Meinung. Ich würde da auf diese Entführung nicht so viel reininterpretieren. Wie gesagt, auch wenn ich es auch komisch fand irgendwie. Aber ich verstehe es auch irgendwo. Ich finde, für jemanden, der vielleicht sagt, Shades of Grey war mir zu luschi, zu viel Rumgeschnülze, für den wäre das vielleicht was. Keine Ahnung. Ansonsten fällt es mir irgendwie schwer, das so einzuordnen. Ich für meinen Teil fand es einfach, vielleicht gibt es da draußen ja jemanden, der das auch mal interessant fände. Ich fand es interessant, was von einer polnischen Autorin zu lesen. Habe ich nämlich vorher noch gar nicht. Ich fand es interessant, eine polnische Protagonistin zu haben. Hatte ich nämlich auch noch nie. Und dass es auch zeitweise in Polen gespielt hat, fand ich auch cool. Denn ich war da auch noch nie und ich habe da auch noch nie was gelesen drüber. Dann, dass der andere Schausplatz Sizilien ist, finde ich auch cool, weil ich da auch noch nie war und das auch interessant fand irgendwie. Und auch, ich glaube, nur ganz selten, wenn überhaupt mal ein Italiener auch als Protagonisten hatte, fand ich auch sehr schön irgendwie. Also, es ist einfach so eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Deswegen, wer mal Lust hat, einfach irgendwie in so eine andere Welt einzutauchen, für den ist das auf jeden Fall was, würde ich sagen. Und so Mafia-mäßig war das jetzt auch nicht so tragisch. Also, es ist jetzt nicht mit Mord und Totschlag oder sowas, muss man auch mal dazu sagen. Ja, also alles in allem würde ich sagen, es ist eine klischeebehaftete, aber trotzdem schöne Geschichte. Wo die Charaktere, wo man von denen jetzt aber vielleicht nicht allzu viel erwarten darf. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie jetzt ein bisschen Überblick verschaffen. Während ich das Video jetzt gemacht habe, ist mir so aufgefallen, irgendwie habe ich da wirklich sehr unterschiedliche Meinungen zu den verschiedenen Punkten. Aber ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ich fand es auf jeden Fall interessant, das mal zu lesen. Und ich denke auch, ich werde mir Teil 2 auch holen. Einfach, um zu wissen, wie die Story zu Ende geht. Denn das Ganze ist dann auch tatsächlich mit einem Cliffhanger behaftet am Ende. Und es kommt jetzt auch langsam so ein bisschen gegen Ende das Mafia-Leben so durch. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen interessant. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Der zweite Band kommt im April diesen Jahres, also dauert nicht mehr lange. Ja, ich werde ihn euch auf jeden Fall vorstellen. Mich würde sehr interessieren, ob es euch genauso gegangen ist mit dieser wie Gespaltenheit irgendwie. Ob ihr vielleicht auch gedacht habt, was ist das für ein Aspekt, die Story richtig komisch. Oder ob ihr es vielleicht gefeiert habt, kann ja auch sein. Denn, wie gesagt, der Film war ja wirklich sehr erfolgreich anscheinend. Oder ob ihr sagt, nein, was ist das für ein Scheiß. Das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen und auf gar keinen Fall lesen. Würde mich wirklich sehr interessieren. Also schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf meinem Instagram-Kanal vorbeischaut oder Account vorbeischaut. Da poste ich nämlich immer, was ich im Moment lese und was ich als nächstes vorstelle. Also wäre es vielleicht auch ganz gut für euch mal zu sehen. Außerdem gibt es da Abstimmungen zu Büchern, welches ich zuerst lesen soll. Und ihr könnt mir natürlich auch immer da gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Verbesserungen. Genauso wie hier, einfach in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas vermisst. Oder wenn ihr sagt, irgendwie war die Rezension jetzt ein bisschen komisch oder keine Ahnung was. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Kommentar bezüglich dessen da. Und ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr auf den Abonnieren-Button klickt und die Glocke betätigt. Dann könnt ihr nichts mehr verpassen. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß beim Lesen und noch einen schönen Tag.